Traurige Rekorde Traurige Rekorde Für die Schiffe auf dem sonst so breiten Strom heißt das alles mit mehr Fahrzeugen auf engerem Raum verkehren. Fahrzeuge, die normalerweise mit etwa 1000 Tonnen gut zu Tal fuhren, bringen in Duisburg in diesen Tagen nur noch 360 Tonnen an. Sie mussten leichtern, um allzu großen Tiefgang zu vermeiden. Auch was zu Berg fährt, muss sich den ungewöhnlichen Verhältnissen anpassen. Wie man uns heute in Duisburg sagte, besteht kein Mangel an Schiffsraum. Nur wird die Fracht natürlich teurer. Sie zu transportieren ist gefährlicher geworden und die Kapitäne müssen der Fahrtstrom auf Strom ab, ihr ganzes Können und ihre ganze Aufmerksamkeit widmen, um sich durch das enge Bett zu schlängeln und an den Kollegen vorbei. Wann wird's besser? Nichts Genaues weiß man nicht. Es müsste Wolkenbrüche in den Bodensee regnen. Und dann dauert es immer noch einige Tage, bis sich die Angler im Neusser Hafenbecken vom Molengrund zurückziehen sollten. Wer von den Rheinschiffern jetzt Galgenhumor hat, der sitzt vielleicht in einer Hafenschenke und sinniert darüber, dass er den Vater Rhein in seinem Bett gesehen habe. Aber ihm ist auch das wohl schon egal. Er wartet darauf, dass aus dem Väterchen Rhein wieder ein Vater wird. Einer, der mindestens 200 Meter breit und vier Meter oder besser noch fünfe tief ist. Wir drücken ihm die Daumen.